Hallo und willkommen zurück. Warum sollte ich eigentlich gesund leben und was sind die Vorteile einer gesunden Lebensführung? Darauf gehe ich heute in diesem Video ein. Und ganz persönlich, für mich ist der wichtigste Grund, dass ich weniger zum Arzt muss. Ich muss weniger den Arzt besuchen. Ganz ehrlich sogar, ich habe die letzten Jahre gar keine Ärzte besucht. Es hat auch mehrere Vorteile und es ist einfach auch dieser Zeitfaktor. Also ich persönlich hasse es, dass man in Wartezimmern dann unwahrscheinlich viel Zeit verbringt. Natürlich, die sind auch immer rappelvoll, zum Teil von Leuten, die wirklich ernsthaft Hilfe brauchen, und zum Teil von Leuten, die da einfach auch irgendwie ihr Hobby gefunden haben, regelmäßig wegen jedem kleinen Wehwehchen zum Arzt zu gehen. Wenn man ein gewisses Grundverständnis über die Gesundheit hat und sich danach richtet, dann weiß man zum einen, dass man weniger zum Arzt gehen muss und zum anderen, wenn man mal was hat, beispielsweise Verdauungsprobleme oder dieses oder jenes, dann weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Also wenn ich Verdauungsprobleme habe, dann muss ich beispielsweise mehr Ballaststoffe nehmen, muss mehr trinken unter Umständen, damit das alles wieder gereinigt wird und wieder auf Vordermann kommt. Und es gibt so viele kleine Wehwehchen, weshalb die Leute zum Arzt drin oder Medizin nehmen. Das ist das nächste Thema. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und es geht noch nicht mal darum, dass ich bei vielen Medikamenten zuzahlen müsste. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und das wird auch teilweise dann ziemlich gut verschwiegen von den Ärzten. Also wirklich, meinem Schwiegervater haben sie mal ins Gesicht gelogen. Der musste was nehmen für Herz-Kreislauf irgendwie, hat er da Probleme gehabt. Und das wäre ein ganz tolles Produkt und ohne Nebenwirkungen. Ich habe sofort gesagt, zack, zack, komm mal ran mit dem Zettel für den Beipackzettel, komm mal her damit. Und habe das durchgelesen, zack, erstmal eine A4-Seite Nebenwirkung. Ihm fiel die Kinnlade runter und ich habe gesagt, geh mal zu deinem Arzt. Der hat dich angelogen. Natürlich will ich jetzt hier nicht alle über einen Kamm stehren. Es gibt sicher auch sehr gute Ärzte, die da vernünftig behandeln und beraten. Aber wirklich, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Deswegen heißt es Medikament. Deswegen steht da drauf, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt. Das steht ja nicht umsonst drauf. Dieser Spruch ist so verinnerlicht worden, der ist so pauschal geworden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Ja, also als Medikament bekämpft nur Symptome, es bekämpft nie die Ursachen, das ist das Nächste. Und zum anderen hat es Nebenwirkungen. Und wenn es Nebenwirkungen hat, dann löst es das eine Problem kurzzeitig, nicht nachhaltig. Und es birgt auf lange Sicht, wenn man das regelmäßig nehmen muss, auch sicherlich viele Nachteile und erzeugt neue Probleme. Das sagt man ja auch immer so schön. Ein guter Patient ist nur ein Patient, der regelmäßig beim Arzt vorbeischaut, weil er eben immer wieder Probleme hat. Und das ist mit dem Medikament eingeschossen, mit den Nebenwirkungen. Ich habe es in meiner Familie schon zigfach erlebt. Ich weiß also auch, wovon ich rede. Dir geht es bestimmt auch so. Und ja, das ist es einfach. Diese Zeitverschwendung beim Arzt, das würde mich persönlich einfach nerven. Und das andere ist, dass man eben mit den Medikamenten ein hohes Risiko eingeht, irgendwelche anderen Probleme zu bekommen durch die Nebenwirkungen. Und insgesamt sind es dann halt so Faktoren wie der Zeiteinsatz, dass man für die Medikamente teilweise richtig viel Geld bezahlen muss, obwohl man in der Krankenkasse ist und und und. Und dann halt Krankenkassen ist auch ein wichtiges Thema. Die sind ja auch darauf bedacht, dass ihr gesund bleibt. Also denen ist es am liebsten, wenn ihr gesund bleibt, weil ihr verursacht am wenigsten Kosten. Ich bin jetzt selbstständig. Ich weiß nicht, wie es beim Arbeitnehmer ist. Und da weiß ich nur, dass es da auch so Bonusprogramme gibt. Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich ein Jahr lang komplett keinen Arzt in Anspruch genommen habe, beziehungsweise nur einen gewissen Teil, dann wird das gegengerechnet. Und dann bekomme ich eine Summe X wieder. Das fing beispielsweise an mit 200 Euro. Und das staffelte sich dann das nächste Jahr und die nächsten Jahre darauf auch immer weiter bis zu einer bestimmten Summe. Also man bekommt Geld wieder. Und klar, man muss auch ein bisschen Geld investieren. Wobei, das ist relativ, weil man immer sagt, ja, gesundes Essen ist teuer. Naja, das muss man dann wirklich auf die Menge hochrechnen und meistens ist es gar nicht so. Und ich muss kein Geld für Medikamente ausgeben. Ich gebe dafür ein bisschen Geld für Nahrungsergänzungen aus, weil ich nicht rein den Versprechungen glaube, dass Obst und Gemüse und alles wirklich noch so gehaltvoll ist, wie es immer dargestellt wird. Das stimmt, weitestgehend nicht mehr. Und ich gebe es halt an anderer Stelle aus. Aber ich habe da Spaß dran, weil ich habe diese Wartezeiten nicht. Ich fühle mich fit, ich fühle mich wohl. Und es geht schlussendlich, wenn ich das alles zusammennehme, ja, weniger Geld ausgeben für Medikamente, keine Nebenwirkungen haben, weil eine gesunde Ernährung hat keine Nebenwirkungen. Ich muss weniger Zeit bei den Ärzten verbringen und so weiter. Also ich persönlich muss gar keine Zeit bei den Ärzten verbringen momentan und das schon seit Jahren. Und das alles zusammen wird zu einem Wort für mich zusammengefasst. Lebensqualität. Es ist einfach für mich Lebensqualität, dass ich mich auf sinnvolle Dinge konzentrieren kann. Und es gehört auch eine persönliche Einstellung dazu. Also mir geht es so, wenn ich Urlaub mache, dann werde ich meistens krank. Das ist komisch, weil der Körper fährt sich runter, kann sich jetzt ausruhen und auf einmal wird man krank. Und ich mache vielleicht im Jahr ein, zwei Mal Urlaub und dementsprechend werde ich ganz, ganz selten krank. Und weiß natürlich dann auch, wie ich darauf zu reagieren habe. Aber insgesamt, wenn die persönliche Einstellung stimmt, dann kann man auch neben der gesunden Ernährung halt wirklich an seiner Lebenseinstellung etwas ändern. Und die beeinflusst alles positiv im Körper. Und über Meditation habe ich auch schon berichtet, dass man sich mit Meditation wesentlich schneller regenerieren kann. Das ist also mal so die Zusammenfassung, warum eine gesunde Lebenseinstellung wirklich sinnvoll ist, warum man das anstreben sollte. Natürlich ist es auch ein bisschen mehr mit Anspruch verbunden. Man muss sich damit beschäftigen, wie funktioniert eine gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung, ausreichend Trinken, ausreichend Entspannung und so weiter. Den richtigen Ausgleich schaffen, Work-Life-Balance und so weiter. Das sind alles wichtige, wichtige Themen. Aber wenn man die sich einmal angeeignet hat, dann weiß man, wie man zu reagieren hat. Und muss nicht wegen jedem Wehwehchen zum Arzt drin, sondern kann selbst sich ein bisschen helfen. Natürlich, wenn es ernsthafte Probleme sind, meinte ich den Arzt auch nicht. Aber das kommt ja zum Glück ganz selten vor. Und dadurch, dass man gesund lebt, reduziert man das Risiko auch für wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme. Aber vielleicht hast du Fragen dazu? Schreib sie mir doch in die Kommentare. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.